Geht aber schon von der Malleistung doppelt so schnell wie hier. Ich habe keinen Totraum. Das heißt, das, was ich oben reinschmeiße, kommt unten auch raus. Ein Qualitätssieger aus dem Hause Malkönig, das ist eine Profimühle. Da macht es auch Spaß. Herzlich willkommen bei Roast Market. Ich bin Julian von Hoppenwad & Ploch und wir sind heute bei Craft Coffee Gear zu unserem Mühlentest. Der Plan ist, dass wir euch einen Ratgeber an die Hand geben, mit dem ihr zu Hause feststellen könnt, welche Mühle für euch in Frage kommt. Wir haben auch, ihr seht, kleine Mühlen und ganz große. Es geht von günstig bis ganz teuer. Und wir fangen mal an mit der Hario Mini Mill Plus Mühle. Die liegt so bei 30 bis 40 Euro. Das ist das Mindestbudget, das ihr ausgeben solltet. So eine Schlagmessermühle für 10 Euro. Die macht wirklich, das könnte ich auch einen Hammer nehmen auf die Bohnen drauf, und damit kriegt man keinen schönen gleichmäßig extrahierten und aromatischen Kaffee hin. Deshalb, die 20 Euro mehr, 30 Euro mehr in so einer Mühle, die lohnen sich schon. Wir haben hier ein Kunststoffgehäuse, einen Auffangbehälter und hier haben wir ein keramisches Kegelmalwerk, wo man hier unten den Malgrad verstellen kann. Hier oben eine Handkurbel und hier kommen die Bohnen rein. Das ist jetzt eine überarbeitete Version von Hario. Die hat hier oben noch eine Führung, dass das Malwerk nicht mehr so schlackern kann und dadurch das Malgut insgesamt gleichmäßiger wird. Jetzt haben wir hier noch eine zweite Mühle, die Kommandante aus Deutschland. Ihr seht schon, das Ding hier dreht sich echt super gut. Das ist zweifach gelagert. Das ist eine ganz tolle Lagerung vom Malwerk, aber auch das Malwerk an sich, das man jetzt hier unten erkennen kann. Das ist ein gehärtetes Edelstahlmalwerk. Das produziert ein Malgut, das auf dem Niveau der ganz, ganz teuren und professionellen Mühlen liegt. Ist trotzdem noch eine Handmühle. Das heißt, man muss hier wirklich von Hand arbeiten. Geht aber schon von der Malleistung doppelt so schnell wie hier. Hier haben wir eine Malleistung von ungefähr 0,25 Gramm pro Sekunde. Hier sind es dann schon 0,5 Gramm pro Sekunde. Was bei der Mühle halt wirklich auch schön ist, dass sie aus Glas und Holz gebaut ist und nicht Kunststoff. Und es ist wirklich zum Anfassen und Angucken ein ganz tolles Ding. Und bei den beiden Mühlen ist halt das Schöne, dass sie ohne Strom funktionieren, dass man sie überall mit hinnehmen kann. Dann kommt eben der Einstieg in die elektrischen Mühlen. Hier liegen wir dann im Bereich von 130 Euro. Das ist die Baratza Encore. Wir sehen, wir kehren wieder zurück zum Plastikgehäuse, aber bei dem Preis ist wirklich der Fokus auf dem Malwerk. Und das ist eine Mühle, die vom Malgut, sage ich mal, zwischen den beiden Mühlen liegt. Nicht ganz so professionell jetzt wie bei der Kommandante. Aber es ist ein Malgut, mit dem man wirklich schon einen ordentlichen Einstieg hat in die Kaffeewelt. Damit kann man sehr, sehr ordentliche Kaffeegetränke zubereiten. Und man ist halt schon elektrisch unterwegs. Weil oftmals erlebe ich das als Kunden, dass sie kaufen. Das ist so romantisch. Ich mache mir morgens meinen Kaffee. Und nach zwei, drei Tagen ist es halt nicht mehr so romantisch. Dann kommen noch zwei, drei Gäste zu Besuch und dann hat man schon keinen Bock mehr mit der Hand zu mühlen. Da ist man halt hier echt auf der sicheren Seite. Man hat hier auch eine ganz praktische Malgradverstellung. Hier ist ein Aufhanggehälter. Deshalb ist es eine ganz, ganz tolle Mühle. Wenn man sagt, ich möchte aber trotzdem auch wirklich ganz tolles Malgut schon haben, dann gibt es von Baratza auch noch die Virtuoso. Die liegt dann im Bereich von 210, 220 Euro. Ist sonst vom Aufbau ähnlich. Hat aber auch noch eine Timer-Funktion. Da hat man dann wirklich für 200 Euro, ähnlich wie hier, ein Malgut, das keine Wünsche offen lässt. Aber man ist schon elektrisch unterwegs. Die Mahlleistung von den beiden Baratza-Mühlen liegt ungefähr bei 2 Gramm pro Sekunde. Und alle Malwerke, die wir uns bisher angeguckt haben, waren auch konische Malwerke im Vergleich zu Scheibenmalwerken. Jetzt haben wir noch eine Mühle, die wir jetzt im Test hier nicht haben, die Eureka Mignon. Das ist eine Mühle, die wir gerne erwähnen, weil sie von der Optik wirklich ganz, ganz toll ist. Sie ist sehr kantig gebaut. Das ist ein Metallgehäuse. Und die gibt es auch in so hochglanzpolierten und ganz tollen Farben. Also gerade für die schöne Espresso-Ecke zu Hause ist es echt eine tolle Mühle. Ansonsten geht es bei uns weiter jetzt mit der Baratza-Sette. Bei der Mühle ist die Besonderheit, dass das Malwerk über einen Riemenantrieb verfügt. Das heißt, der Motor sitzt nicht unten drunter, wie jetzt bei so einer Mühle, wo das Malgut nach vorne abgefüllt werden muss. Das Problem dabei ist, dass man einen gewissen Totraum hat, wo immer altes Kaffeemehl drin ist. Hier sitzt der Motor im Prinzip dahinter und es gibt hier einen Riemenantrieb, der das Malwerk dreht. Der Vorteil ist, dass das gesamte Malgut einfach nach unten direkt in den Auffangbehälter, beziehungsweise wenn ich meinen Siebträger hier reinpacke, reinfällt. Und ich habe keinen Totraum. Das heißt, das, was ich oben reinschmeiße, kommt unten auch raus. Das ist gerade dann von Vorteil, wenn man zum Beispiel viele verschiedene Sorten zu Hause ausprobiert. Sagt man, ah, heute in den äthiopischen Kaffee 17 Gramm oben rein, 17 Gramm unten raus, super. Danach der brasilianische Kaffee. Das funktioniert mit der Mühle eben ganz toll. Malgut ist auch wirklich super, super gut. Und mit 3,5 Gramm pro Sekunde malt die Mühle auch sehr, sehr schnell. Und sonst kommen wir zu unserem Qualitätssieger aus dem Hause Malkönig. Auch Made in Germany ist eine Mühle, die vom Malgut auch perfekt ist. Die extrem schnell malt. Sie malt zudem auch noch leise. Das ist eine Profimühle. Und wenn man Lust hat, sich mit dem Thema Kaffee professionell zu beschäftigen, auch wenn man es zu Hause tut, dann sollte man sich so eine Mühle holen. Man kann auch hier, wie bei der Mühle auch, verschiedene Mahlzeiten einprogrammieren über ein Display. Das ist ganz, ganz schön. Hier hat man drei Mahldauern, die man einprogrammieren kann. Hier zwei. Und ja, das ist dann eben unsere Profimühle. Aber die liegt dann auch schon im Bereich von über 1.500 bis 2.000 Euro. Also da muss man dann auch schon wirklich Lust auf das Thema haben. Aber da macht es auch Spaß. Gut, ich hoffe, ich konnte euch jetzt noch einen kleinen Einblick in das Thema zeigen. Wenn euch das Thema gefallen hat oder ihr irgendwie noch Kommentare habt, dann lasst die gerne da und gebt uns ein Like. Und dann sehen wir uns gerne wieder beim nächsten Video. Ciao, ciao.